So, hallo, willkommen zurück. Wir sind wieder live dabei bei Season After Fall und wir hängen immer noch an dem ultra krassen Super Rätsel hier mit den Glühwürmchen und dem Formenbasteln. Ich bin jetzt nochmal gerade dabei, hier auszuprobieren, dieses Muster nochmal hinzuklatschen von der Fliege, was wir gerade gefunden hatten. Weil uns das ja doch angezeigt wurde. Jetzt ist nur die Frage, eigentlich ist es ja noch eins höher. Mir fehlen hier irgendwie Ankerpunkte, ich verstehe das nicht so ganz. Wo sind die Ankerpunkte, die mir hier fehlen? Wenn ich das auf die Seite lege, wenn ich hier die Punkte hin mache, dann kann ich da hin die... Ah, ich kann es auf die Seite legen, ich bin dumm. Ich bin dumm. Das bedeutet, wenn ich es auf die Seite lege, muss ich von unten rechts anfangen oder von unten oder von oben, das ist egal, aber okay. Ich glaube, ich habe es, wenn ich hier anfange, kann ich den Diamanten aufbauen. Wenn der Klux springt, kann ich den Diamanten auch fertig aufbauen. Hallo? Rennen, springen, schreien. Genau. Dann habe ich den Diamanten und dann müsste ich... ...hier oben hin... ...hier hin... ...ne. ...hier oben hin... ...hier hin... ...äh... ...so ein Gewitterstrich ziehen. Das war... ...winter? Genau. Das wäre dann das hier. Und dann brauche ich die Pünktchen, die ich hier hinziehe. Hallo, Klux. Jetzt will ich mal, dass er fällt und er fällt nicht, ey. So, Mensch, wir haben es gleich. Plattform, danke. So, und dann nämlich können wir wieder Gewitter machen. Ne, Gewitter? Wo? Obst, an alle, die wissen, was das ist, auf jeden Fall. So, genau. Und jetzt nur nicht falsch verbinden. So, Klux, erst laufen, dann springen. Ah, okay, wir warten kurz. Einmal allihop. Jawoll, da rein. Und dann brauchen wir wieder die... ...äh... ...da... ...darüben. Oh Gott. Uiuiui. Achso, ne, warte mal, hier drüben gibt es ja einen Schnellaufzug. Ne, den nicht. Den hier. So, nehmen wir den. Gehen hier hin. Und setzen den hier ein. Und? Hammers? Komm. Nicht? Das war doch genau die Form. Hä? Andersrum? So, und jetzt gucken wir mal, ob so ein Schuh draus wird, wenn wir es jetzt hier verbinden. Ne, auch nicht. Hat er auch keine Lust zu. War ich einfach nur zu doof, um das hinzubekommen? Da, wenn ich die so aufspanne, muss ich doch noch wesentlich höher kommen. Oh, da gibt es einfach noch andere Orte, an denen man die aufspannen kann. Ey, wenn es jetzt wirklich noch andere Orte gibt, wo man hier die, 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 die Dinger hinlegen kann, dann werde ich hier aber ein bisschen, äh, äh, wuchsig werde ich dann. Das wäre natürlich jetzt, äh, die Uber-Härte, wenn es tatsächlich so sein sollte. Ich meine, wir müssen ja eh noch Muster finden, tatsächlich. Theoretisch. Ähm. Das bedeutet, wir müssen eh noch suchen. Nichtsdestotrotz. Ja, okay, hier folgen wir uns auch gar nicht mehr hin. Huch, was ist hier los? Aber ich glaube, hier war ja auch das letzte Mal schon nix, ne? Ja, genau. Oh Gott, ich bin ein bisschen überfrescht, tatsächlich. Weil das eine Symbol hat ja, also das haben wir ja auch gesehen bei dem, bei dem, warte. Haben wir ja auch gesehen bei dem, äh, Fliegenmenschen. Aber irgendwie will es nicht. Was passiert, wenn wir hier noch höher gehen? So, ist da noch irgendwas? Warum trefft ihr sich jetzt nicht mehr? Das ist ja auch nicht so gut gemacht, tatsächlich. Boah, nee, wirklich jetzt? Keine Sorge. Irgendwann kriegen wir, irgendwann kriegen wir das schon noch hin. Ja, jetzt habe ich genau das Timing verpasst, wo sie sich getroffen haben, oder was? Jetzt, äh, ne? Komm, jetzt aber bitte, tu es. Danke. So, jetzt gucken wir mal hier oben rein. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas. Hier sind noch so Dinge. Und hier sind auch die Formen an der Wand. Ey, das gibt es doch alles nicht. Gibt es hier irgendwo einen Aufzug oder sowas, den wir aktivieren können? Boah, wirklich. Jetzt muss ich hier wirklich nochmal ganz runter, um meine Kollegen hier zu holen. Weil die mir nicht gefolgt sind, oder wie? Glühwärmsche. Bitte einmal mitkommen. Eieieieiei, also die Plattformen sind echt schlimm gemacht. Die sind, die sind nicht so gut. Das ist auch, um euch kurz mal nach dem Cut wieder abzuholen. Ich bin jetzt hier, ich bin den Baum hochgegangen noch weiter und habe tatsächlich eine andere Stelle gefunden, an der man einfach 13 Millionen von diesen Teilen hier hat, wo man noch Glühwärmschein reinstecken kann. Und anscheinend ist das hier die richtige Adresse, um hier die Muster fertig zu machen. Und genau dies werde ich jetzt gleich mal in den Angriff nehmen. Das eine Muster haben wir ja schon. Das werden wir jetzt auch direkt einfach mal machen. Komm. Und nix kommt nix. Einmal den hier. So, dann brauchen wir ähm, den hier. Genau. Dann brauchen wir einen Blitz nach hier schräg rechts oben, theoretisch. Das wäre das hier. Einmal noch die Plattform. Das wäre das. So, dann brauchen wir Pünktchen nach hier. Und Blitze nach hier unten rechts. Und nach ganz hier unten wieder den Kollegen hier. Oh, bitte? Oh, ich habe es gefunden. Oh, ich habe es. Oh, ich habe es. Oh, ich habe es. Der Wahnsinn. Okay Jetzt ist nur die Frage Wie kriegen wir die anderen Formen fertig? Weil die scheinen ja immer sehr spezifisch zu sein, die Teile Oh, da ist was Oh, ich hab was gefunden Oh, 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 ich hab was gefunden Das merken wir uns direkt auch wieder Zwinker, zwinker Einmal in die Ablage merken geschoben Und nein, ich mache logischerweise keine Bilder Nein, nein Würde ich niemals tun So Das bedeutet, wir müssten von Federn Na, wir können theoretisch auch von hier anfangen Das bedeutet, wir setzen hier einen Blitzttypen rein Da einen Blitzttypen rein Klingt so ein bisschen wie bei Pokémon, ne? Da kommt hier einer rein Dann brauchen wir wieder Diese Kollegen hier Und den machen wir hier oben rein Dann nach links und nach unten noch Den hier Und den hier unter mir noch Da Nein Oh Gott Okay Spiel den selben Song nochmal Okay Den selben Song nochmal Und los Das ist wirklich richtig schlimm Also das Rätsel ist wirklich Schlimm Da fehlen mir die Worte für Wie schlimm das ist Das ist wirklich richtig anstrengend Und wirklich richtig, richtig langweilig Normalerweise Versuche ich immer so das Positive noch zu sehen In irgendwelchen Rätseln und sowas Aber das ist wirklich nicht gut Um es mal so auszudrücken So, wir springen nicht Weil wir sonst wieder das untere löschen wahrscheinlich Haben wir jetzt einst Hey, ein Glühwürmchen zu viel Das erste Glühwürmchen hat mich angenommen Okay Und cut Jetzt langsam Fähne ich hier den Glauben an alles Kriegst du jetzt nochmal ran Sehr gut So Dann brauchen wir hier oben wieder den Kollegen Und dann Brauchen wir Das hier Für den Kollegen Und für den Kollegen Und Ne, ne Jetzt Wir haben nur noch eine Sehr gut Für den Kollegen Ei, 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 ei Wir haben es geschafft Okay Das ist die Form Jetzt haben wir 1, 2, 3 Das E fehlt noch Das E können wir hier anscheinend auch machen Aber uns fehlt noch die Info über das E Können wir hier irgendwo noch hin Nee Jetzt müssen wir hier wirklich noch alles absuchen Um hier eventuell im Hintergrund irgendwo so ein E zu finden oder wie Da kommt der Klux doch niemals hochgesprungen Da kommt der doch nicht hoch Kommt der da hoch Der kommt da hoch Okay Hier haben wir eine Form Die haben wir ja schon gesehen Uh, war da drüben irgendwas Ne Okay Die haben wir schon Dann müssen wir mal auf die andere Seite gehen Ist hier noch irgendwas? Nein Ich nehme an, dass es diese Form hier auch irgendwo hier zu finden gibt Tatsächlich Ja Punkt Weil Ich hoffe Da ist noch ein Aufzug Auf dem war ich noch nicht Okay Hier habe ich jetzt nicht gesehen Das ist hier Nee Oh, da oben kann man auch noch irgendwie hin Irgendwie kommt man nur noch ganz hoch anscheinend Aber ich nicht Okay Moment Dann Hier war noch ein Ausgang Aha Jetzt ist der Aufzug wieder woanders Ich Schmeiß mich hier gleich weg Okay Jetzt müssen wir da wahrscheinlich hoch Auf der anderen Seite Um dann Das letzte Zeichen ganz oben zu finden Würde ich jetzt mal so annehmen Ich lasse das mal so stehen Und hoffe es stimmt Wir müssen jetzt hier noch einmal rüber Rüber Und da auch noch So und da auch noch So und jetzt hier einmal den Aufzug nehmen Subterab Einmal nach oben Einmal hier durch Hier ist wahrscheinlich das Zeichen Irgendwo Was ist hier so Was ist denn hier schon wieder los So wäre ich da jetzt runtergefallen Hätte ich aber ein bisschen geschrien Tatsächlich Bin ich aber nicht Deswegen kann ich mir das Schreien sparen Okay Das sagt E Hä, hier unten war doch gerade noch Blitz Oh, müssen wir es uns jetzt selbst zusammen Achso, nee Blitz von unten nach Da oben Und dann hier rüber zogs Ein Unendlich Zeichen Dann wieder ein Blitz Und dann Dings Also Blitz, Blitz Unendlich Zeichen, Blitz Und Äh Prisma Das kriegen wir doch hin, oder Wenn wir uns das merken Ich hoffe Wir fangen an Mit Einem Blitz Und Wir machen daraus Ein Blitz So Und jetzt nehmen wir das Unendlichkeitszeichen So Und jetzt gehen wir hier rüber Und dann Nehmen wir wieder einen Blitz So Und gehen hier rüber Nicht an den Sondern an den Und dann nehmen wir ein Prisma Und machen das hier oben dran Bitte Oh Gott Ich hab's geschafft Ich bin so gut Bitte einmal alle Eins in den Chat und so Richtig krass Oder F Je nachdem Alter, war das eine schwere Geburt Also das war ja Unnötig Umständlich alles So Das bedeutet Ah ne nicht hier Hier ist der Käfer Wir müssen noch eins tiefer Hier hin müssen wir Zum Stein Genau So Jetzt brömen wir wieder den Stein zusammen an Eins Zwei 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 Bitte. Ich will nicht jemanden sehen. Ich will nicht zurück zur Sanctuary zurück. Der Mutual der Saison ist nicht das, was du erwähnt hast. Ich bin sicher, dass die Guardians mich vergessen wollen. Sie wollten mich abhören. Die Guardians wollten dich also abhören. Aber die haben dich doch da am Anfang irgendwie erzogen oder so. Da hast du doch irgendwie mit dem Bär gespielt und so. Und dann... Oh, das ist aber auch schon alles wieder so lange her, du. Ist hier noch was? Hallo? Ne. Oder doch? Ja doch. Hier geht es anscheinend doch weiter. Okay, das war jetzt natürlich... Das war natürlich schwer jetzt. Hoffentlich war das auch das Richtige, das zu tun. Okay. Vielleicht hätten wir die nicht weg machen sollen. Das sieht sehr nach tot aus. Ja, wir können da irgendwo landen. Wir landen nochmal. So, jetzt sind wir aber glaube ich wieder am Anfang, oder? Das hier ist doch der Anfang gewesen, oder nicht? Ja, das hier ist aber tot. Ja. Das ist... Das ist... Das ist... Tod und Verderben. Also so richtig verstehen. Ich bin wirklich entspannt, du weißt. Ja. Ja. Ja, okay. Ja, was du dem Fox angetan hast, geht natürlich gar nicht. Wir sind jetzt ein Geisterfuchs hier. Du hast einfach unseren Fox hier umgebracht. Die Guardians verstehen mich nicht, aber... Du bist anders. Ja, ich bin anders. So, da ist die letzte Kristallgugel, die wir hier klauen können. Geh das letzte meiner Schäden. Ach so. Kann ich mich auch irgendwie dagegen entscheiden? Hm. Wir nehmen sie mal. Ich hoffe, dass du weißt, was du machst. Tatsächlich, ich weiß nicht, was ich tue. Das wirklich ganz und gar nicht. So, jetzt haben wir hier diesen komischen Steinpokon. Das ist ihr Alltag. Danke, Fox. Danke, ein Millionen. Ja, kein Ding. Die Entrance zum letzten Altar ist öfter. Als die vier Guardians sind gesammelt, kann nichts uns verhindern, das richtige Ritual der Saison. Das klingt irgendwie... Weiß ich nicht. Nicht so positiv. Na, jetzt können wir da endlich durchgehen. Okay. Klasse Schwebebäume. Ja, das ist die erste Mal, die Säde hat verlassen, die Partei im Ritual zu nehmen. Ich denke nicht, es ist eine gute Idee, sie so diese zu versucheln. Ich habe das Gefühl, dass ich noch viel lernen habe. Wenn du denkst, wir in ihrer Interesse, dann wirst du wissen, was du machen musst. das klingt jetzt alles ganz schön ominös hier aber ich würde tatsächlich sagen aber ich würde tatsächlich sagen bevor wir den letzten altar freischalten und das ritual zu ende bringen machen wir an der stelle auch wieder schluss das war eine recht fulminante folge viele hochs noch viele retiefs tatsächlich aber jetzt haben wir das rät und ja dann schauen wir beim nächsten mal 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 schauen wir das nächste mal was jetzt genau mit diesem jahreszeiten gelöst dass es damit auf sich hat ob jetzt die knospe das böse ist oder die vier jahreszeiten wieder das böse oder alle gut und alle wollen irgendwie was anderes und weiß das nicht wir finden es das nächste mal heraus auf jeden fall wünsche ich euch wie immer einen schönen abend eine schöne nacht einen schönen morgen einen schönen mittag einen schönen tag und egal was ihr habt hauptsache ihr habt spaß und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder wir sehen uns beim nächsten mal wieder